BOOM! FIGHTING ACTION! BOOM! FIGHTING ACTION! FIGHTING ACTION! Bei den Liberators! Mit dem UFC-Boy-Feel! Yeah, oops! Yeah, oops! Nice move! Das hat sich ein bisschen verschoben, oder? Ja! Ja! Wollte er mich mehr ins FIGHTING! Ja, ja, kein Problem! Jetzt kannst du dir meinen FaceTimefighter anschauen! Ja, meiner schaut ja aus wie ein Oberkult. Ja, wie gesagt, auf der Homepage schaut meiner auch geil aus, aber im Game ist er... ...schmeichelt er mich eher, sagen wir so. Naja, vom Gesicht her. Das ist ja ein Wahnsinn! Ja, blöd, dass wir es nicht da unten haben! Es ist Mimimi! Blockiert! Ihr seht es nicht! Jawohl! Warum beginnt das wieder von vorn? Das ist eine sehr gute Frage! Das kannst du aber abbrechen! Ja, aber ich hab's schon gespielt! Ich hab mal einen Fighter gemacht und alles! Nein, ich bin jetzt mit deinem User eingestiegen anscheinend! Nein, das... Teilweise ist die PS schon... Aber... Das ist aber wirklich strange! Ich glaub, du musst das mit deinem starten! Weil ich weiß ja nicht, ob dein Vater da ist! Weil ich weiß ja nicht, ob dein Vater da ist! Das ist eigentlich schon! Kommt vor! Kommt vor, wir sind mit meinem User drin! Ah ja! Drück du mal! Wenn der Netz auf staut! Ich bin mal mit deinem... Ah, warte! Aber wir können mal den User wechseln! Okay! Kannst du lenken? Ja! Aber User wechseln ingame? Ja! Warte mal! Ich geh nochmal raus! Ich schließ das nochmal das Spiel! Ich weiß, wie das leicht geht! Auf dem Options-Button jetzt! Okay! Und dann Close Application! Ah ja! Und dann nochmal mit deinem Öffnen! Aber... Wir sind doch mit meinem drin, oder? Ja, start's nochmal! Hä? Hä? I don't get it! Wohl auch die Frösse! E.A. Sports! In the game! In the game! In the game! It's in the game! It's in the game! It's in the game! Tufa! Tufa! Welche Engine! Die Tufa Engine! Haha, ja! Genau! Jetzt musst du Options packen! Yep! Ah! H Joey! Jetzt ist der Ladevalken links! Kein Breidel-Dings mehr! Ja, sondern ein Rubikwürfel! Ein... ein Rubi-Tuesday-Würfel! Auf jeden Fall was eine ganz coole Funktion ist, man kann sich selber fotografieren und dann das auf EA schicken und dann macht er einen Kämpfer aus einem. Das haben wir natürlich gemacht und da bin ich einer. Boom, ist das nicht mein Ebenbild? Das bin eins, seins ich und mein, ich will nicht continuen, ich will einfach nur fight now. Aber wie gesagt, man kann sich das selber machen, ich glaube, ich bin aber in der, ich muss einmal kurz schauen, ob es mich da gibt zum aussuchen, dann kannst du mich verprügeln einfach. Du sollst schon gehen, oder? Da bin ich. 0-0-0. Ja, ich habe noch keine Kämpfe gekämpft. 16, du 16 mal mit dem Spiel? Minotauru. Nein, das sind, der hat 16 mal gewonnen, zweimal verloren, einmal unentschieden in seiner Karriere. Das hat nichts mit mir zu tun. In der Karriere noch 16 Spiele? 16 UFC-Fights. Ich meine, du musst rechnen, er hat ja mehr als 16 gehabt. Der hat 34 gewonnen, neun verloren und einen unentschieden gehabt. Minotauru. Minotauru. Nein, also... Hast du schon deine Karriere gespielt? Nein, ich habe die Karriere immer angefangen mit dem. Du musst wahrscheinlich noch spielen. Ja, aber du erstellst den ja trotzdem und gibst in die Attribute und erkanst du ja... Ja, das sind ja die Start-Attribute. Ja. Ja. Ja, die sollten wir aber nicht alle auf 100 stellen können. Erkanst du? Aber das hat Max. Nein. Alter. Hast du dich gesehen bei den Stats, dass du überall 100 gestattelst? Scheiße. Du wirst runtergehen. Scheiße. So. Du schaust das wie du. Ja, da gebe ich dir mal recht. So, bevor wir kämpfen... Der Typ ist vor allem körperlich, wenn du schaust, mein, direktes Ebenbild. Schau dir diesen Rücken an, die Arme. Das ist... Und dieses Six-Pack, das ist alles da. Wir treffen uns nicht mal irgendwie, oder? Oh, schön gekontert. Respekt. Ein Tänzchen gefällig. Ja, steigen wir auf meine Füße. Komm, komm, komm. Jawohl, jetzt habe ich dich. Ja, der befreie er sich wieder. Ja. Hast du das gesehen, oder? Oh, er macht ein Liebestänzchen. Ja, sowieso. Das ist eine... Ja, du musst dich raus, wie hinten irgendwie so gut es geht, ne? 69. Komm hier nicht raus. Ah! Oh, Flykick. Los, Minotaurus. Zeig, was du drauf hast. Ja, bei mir ist das Bein schon rot, was soll das? Ich bearbeite weiter deinen Kopf. Boop! 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 Ich mag ihn nicht diesen über Tor, ist er schlecht. Oh, man. No-Garry ist cut open bad now, Mike. Big Nard mit dem Cut. Oh, irgendwer hat ein Cut von uns. Sein Rücken blutet schon. Ich glaube, das bist du, oder? Er voll. Blut ist die Matte voll. ok schiri holt dich da raus aus deiner mistlichen lage blut ist schon wie sagt er geht er zu boden und du bietest dich mir an so wie es gehört ja leute boom die ufc-champion aber ich spiele jetzt ein normaler du willst ein rematch okay er will ein zweites mal untergehen was so herauskommen wie man dieses abend begrüßungsteam machen kann aber ist die wo sie sich am anfang die faust hin halten ja er zwei mit dem rechten klubel diese sixpack das ist schlecht als meines ja eh die war schön ja aber leider da gehen die lichter aus zum zweiten mal für minotaurus ich bin meine nase ist ganz passend oder wir haben schlumpfen war ich glaube ich habe jetzt ist schon weiss ok echt nein du hast es weniger blau hinbekommen dann fest nein mit der ja habe ich aber auch gesagt mal schau das meine crew laut der zuwanderer kostet nur ein tollen was jetzt kämpfen wir mit der anderen auf jeden fall ein cooles spiel ufc werber cage ist gut die frauen sich nämlich am meisten die titi die frauen die titi titi titten die ufc geht übrigens auch online wenn ihr mich herausfordern wollte kein thema da müssen wir zuerst der bleib ich gleich bei der kett die gar nicht die schärfste die schauen alle aus wie in dem alle größeren nur als wir zwei jawohl ronda russi wenn das keine porno name ist dann weiß ich auch nicht zinger bürger ich glaube es gibt eine regel dass ich die nicht auf die möbse hand dürfen er ich glaube weiß ich jetzt nicht aber ich denke schon ich boxe krebs auf seine märze also ich boxe krebs sind eine märze nein ich glaube einfach dass das sehr unangenehm ist so es gibt du darfst auch nicht in die eier boxen ja deswegen haben sie den sport behaubest weißt okay nur da wo haut sichtbar ist aufs taum nackt kämpft mir hat das gehört schau das meine ich ja dann kontrolle belegen das muss doch dann auch gehen oder aber sehen dieses was ich meine das muss ich weiß nicht wie man das erwidern kann das ist eine respekt bezeugung und du wirst gleich nicht das geht ja nicht du musst doch die rechts jetzt drücken ja danke Kat Zingano ronda russi genau im letzten porno die ufc-fighterinnen russi 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 ok it's dangerous place for submissions welch a dj is never a giver of truth a dj a dj a dj he is a guide a pointer to the truth that each student must find for himself be water my friend be water my friend man kann auch um 1.20 im PlayStation Store ein Bruce Lee kaufen schöne grüße an je ihr kapitalisten schweinchen ja 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 wenn das traurig ist es gibt die leute die kaufen den weil sonst hätten sie nicht gratis anbieten im Endeffekt aber bumm das ist ein feuerste Feuerwerk da da glühende Köpfe seh schon wir sind schon mehr die wir sind nicht so die Martial-Arts-Wrestler wir sind mehr die auf die Fresse hauer ist jawohl wie machst du das? äh mit X und Kreis ich kann dir nichts dagegen machen jetzt stirb wats du musst du musst bei der Position bis dorthin kommen wo du mit den Händen im Kopf hast und dann geht das erst ich habe übrigens zum dritten Mal gewonnen ja ue ja ue ich Tatsang, Gai. Und hier wir gehen. 5-Round Fight. Triple trumps für Zingano. Black trumps für Rausen. Good connection with the uppercut by Rausen. There's that head kick. There's a takedown attempt. Both fighters came ready to go tonight. Good takedown defense. Man, beautiful front kick. Look at that, nice. Oh, beautiful combination. jawohl und wieder schauen da gehen die lichter wie das so ist aber jetzt geben schiedsrichter plastik an war das hat doch kein ziel mehr ich verstehe sich da ist die baby dann ist die das war die cheating red piece of the booth das ist welche muss das war ja nur ein fast feuerwerk da gerade von mir was ist das Was ist das? Schiedsrichter! Ja! Meine Lieblingsposition! Ah doch nicht, okay. Wir haben mal den Clean-Schlösen da, das gibt's ja nicht. Jawohl! Mein Knubel! Ja! Ja genau, sie ist da. Sie advances nicely in the half-guard. That connected. She's now working from side control. Solid strike to the head. Sie advanced nicely back in the half-guard. And lands a good shot. Oh! 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 Ah! Wow! Wow indeed! Oh! That a big step! She is contracted... Es ist eine Blockfläche, ich drück der Zahn, es tut sich nichts. Okay. Mit R. Also mit dem R2. Sie sehen, du brauchst nur auf die Arme schauen, wie sie dann die Finger hochgibt. Siehst du? Block D. Oh, kann sie der Gong noch retten, noch 3 Sekunden? Naja, Runde 1 zu Ende. Da wird geboot. Das hätte das Ende sein müssen normalerweise für Ronda Rousey. Aber sie darf in Runde 2 nochmal zeigen, was sie kann hier. Aber hier gibt es wieder ein vollster Feuerwerk vom Feinsten von Kitzigano. Jawohl, so. Aber da löst sich wieder die Ronda. Oh, da taumelt sie wieder. Da geht sie zum Boden. Das muss das Ende sein, da kommt der Schiedsrichter schon. Das ist eine Frechheit. Ich weiß nicht, was man bei dem Scheisspiel machen muss, damit man dich besiegt. Erstmal. Und damit man Moves macht. Weil ich die Dritte anscheinend nicht. Ja, auf jeden Fall. Phil wird noch eine Runde üben, bis er ready ist. Er will noch ein Spiel, gut. Dann gibt es halt noch einmal auf die Fresse. Ein Rematch. Runde 6 mittlerweile. Kitzingano ungeschlagen. Ja, einfach nur X und Vierge und Dreieck sind die Armdinger. Kitzingano ungeschlagen. Ich mach nicht so anderes. Schau, ich lass dich sogar aufstehen, weil ich so nett bin. Obwohl du dich schon schwer im Arsch liest. Ich steh nicht mal mehr auf. Ja, die hat gerade auf die Fresse gekriegt wie Sau. Warum ist deine schon wieder nicht mehr rot? Meine sehr rot, aber nicht so viel. Ja, wenn du blockst. Ja. Ja, ich mach sie immer in Gras. Die facial expression ist noch ein Warnsinn. Ich bin doch nicht... Nein, ich kann nicht sich umgeschlagen. Ich lasse sie, das geht nicht. Also nicht... Das geht nicht. Ich nehme wieder meinen Kinos. Ah, jetzt wechseln wir. Okay. Ich verstehe. Auch weil das jetzt nicht mitkommt, ich muss ihn schlagen. Ja, jetzt würde ich mich schlagen. Dann such du mir einen Kämpfer aus, okay? Du hast eher einen schlechteren jetzt gehabt, also nicht. Ja, trotzdem. Such du mir einen Kämpfer aus, das nicht heißt, ich bin unfair. Jetzt hast du auch nicht mehr zweit gehabt, oder? Ja, weil ich verletzt, das hab ich immer gewandert. Hallo? Ja, was Hallo? Ich mach gar nichts. So. Also was für ein Gewicht? Ja. Ja, wenn ich nur ein System. Den grünen. Wir sind der Fliegenklasse da, der... Ja, darf ich den nehmen? Nein, der ist besser wie deiner. Deiner hat Overall 86. Ich will den haben. Na, du nimmst den Schnauzi-Bär, okay. Dann nehm ich den... Hipster Overall. Gut. 86 ist eh das Schlechteste, ne? Ich nehme 90. Achso. Na, 86. Ja. Uuuuh. Uuuuh. Ja... Der Grünhaar-Wizzi, der... Louis Gaudinot gegen Ian McCom. Nein, nein, meiner ist eigentlich der... Mojoa! Louis Gaudinot. Genau. Aber drückst du schnell immer, oder drückst du... Was? Na, tack, 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 tack. Und dann halt da auch immer du. Und die Takedowns sind... L2 halten und... L2? Ja. Ich drück immer R. Ja, R2 ist blocken. Und R1? L2? Ja. 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 Ja, Brite, jetzt darfst du auch mal oben liegen. Ja. 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 Ich versuche ihn wegzuschubsen, oder so. Ja. 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 Meiner daumelt natürlich wieder... Nein, der hat's irgendwas. Ich bin einfach besser im Spiel. Der hat's irgendwas. Ja, der hat's eh was. Deiner leuchtet rot wie ein Schwamm, also... Aber meiner Fall... Meiner leuchtet grün. Ich meine, der hat ein Eintreten, Schnautz-Bad. Jetzt hat's die Pause mache, da hab ich mich jetzt einmal noch viel Zwissen. Okay, also ich bin einfach ungeschlagen. Ich glaube, wir können es dabei belasten. Ja, ja, ich kann schon wieder nichts mehr... Das erklärt mir jetzt aber. Willkommen in der Endcard. Er hat ordentlich auf die Fresse bekommen. Wollt ihr noch mehr UFC-Kämpfe sehen? Einfach mal Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wie immer, letzten Gameplay sind hier. Und einmal subscriben hier unten. Auf jeden Fall dranbleiben, treu bleiben. Lieber Rators. Entschuldigung. In mein Gesicht, ja. Bis zum nächsten Mal.